Und wie heißt sie? 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 Schönen Gruß an die Dark Angelina, die immer meine Videos guckt. Heute spiele ich mit dem Nick. Und dich mit der? Elli? Wissen sie wie du heißt? Jetzt schon. Achso, ich dachte Kuwaiti. Egal. Kuwaiti. Egal, lass uns gruseln. Genau. Heute zum ersten Mal auf Hochdeutsch. Ja, eine Seltenheit, eine Premiere. Und ich bin der Kommentator. Vorerst. Genau. Bevor ich mich wieder vom Mikrofon zurückziehe. Nein. Wie ihr seht hat sie ein Auto, das schon bereits untersucht wurde. Und wir bewegen uns zum Leuchtturm. Ach nein, das ist ja ein Wasserturm. Mittagel. Ey, super. Du hast ihn schon. Einen. Mitten durchs Gebüß. Das war ein Baum. Ich komm echt nicht vorbei. Na? Nein. Okay. Weil das ist ein Zaun. Ach so. Boom. 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 Was ist das für ein Licht? Lass krachen. Lass uns krachen. Ja. Lass uns krachen, ja. So schaut das Auto etwa aus. Was? Das hab ich eingepackt. Ich werd keine blöden Kommentare. Da muss ich mich zurückheben. Heben. Heben. Halten. Zurückhalten. Stecken. Verdassen. Gardageln. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Cheiß aufs Loopes Month. So, so mag ich das. Ja, genau. O-Strobo Kaktus. Wir befinden uns im Kockhaus. so ist das weiß die Leer das stimmt kommt es ist ja ich werde ich bieten nun die 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 Technik und der wir auf der Klinik und sie so ist die Liebe hier die ich liebe sie entlang kannst du es gerne rausschneiden da kannst du es gerne rausschneiden die stelle da wo ist der zettel dort links ist das länder und dort dort gar kein schlecht dann ist zeit dass wir verschwinden nicht nach links gucken weil er rechts steht natürlich ha 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 aber ich glaube immer noch dass er im wald ist wo ist er links ok ein baum amegott 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 nein wir schieben keine panik nein 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 lauf lauf er findet ihr ja sicher ja kleine panikattacke meinst du man kann sich im coctushaus sich sicher fühlen nein passt ja nicht da da genau und zum glück hast du ihn ja her gelockt ne licht aus und weiter auch licht ja schon weiter ja schlecht ja für ihn bloß in die erde aber verehrt ist er aber nicht im kreis land genau und jetzt sind wir bei seinem zuhause und da ist er auch schon Lieblingshütte ja ein ein Hauptsache hat er hier einen zettel das ist die frage ja nein doch hinter dir nein doch hinter dir neben dir neben dir ja weg hier scheiß auf die zettel wer braucht schon zettel das wird nur über gewertet ja auf die zettel na na er ist gerade rechts neben dir ja ich hab's gesehen boi hast du glück ok weiter schneller 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 komm 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 die kann nicht mehr laufen sie hat keine puse mehr oh jetzt ist es eine sie ja es ist eine sie schon ja schau dir diese fingernägel an ja das wollte ich jetzt gerade sagen bei den fingernägel bitte nicht bitte nicht doch er ist rechts doch doch da ist der zettel genau passt schneller ok so noch zwei seiten nur noch zwei seiten werden sie es schaffen oder werden sie es nicht schaffen gleich noch einer kurzen pause ja weil wir schon wieder bei seinem haus sind geh weg da nein 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 wo ist er da ist kein zettel nein da ist nie ein zettel ja nein 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 Hauptsache jetzt ist er es ernst gerade aus komm weiter ja ich schaue in die Sterne super und dann läufst du ihm direkt in die Arme ja ah ja dann oh sorry baum Cocktushaus, passt. Weiter. Ich nenne die Augen. Ich glaube. Licht. Nein. Hauptsache kurz Licht angemacht und schon steht er neben uns. Geradeaus, geradeaus. Nein. Das ist das Cocktushaus. Da, links, 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 ja. Ja. Bus? Oh nein. Da haben wir schon. Weiter. Einfach dran vorbeirennen. Das heisst... Waren da gerade zwei? Komisch. Schade. Irgendwie. Also manchmal verwundert mich das Spiel immer wieder aufs Neue. Nur ruhig atmen, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen, schreien und rennen. Da waren wir gerade schon. Gar nicht im Kreisring. Genau. Ja. Und was ist das da hinten? Gar nichts. Gar nichts. Ah, das ist das Wassertub. Da waren wir schon. Also rechts. Ja, genau. Jetzt wird die umdrehen. Genau. Genau. Direkt zu her. Schnell, 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 schnell. Nein, rechts. Rechts. Das ist kein Weg. Doch, da ist der Weg. Der Weg. Weg, Weg. Und halbzeit, du konntest nicht reden. Doch, kann nicht. Schon. Ich fahre mir die Puste. Okay, passt. Nee. Da ist aber ein Zaun. Schlecht. Du musst umdrehen. Das ist gar nicht gut. Ja, genau. Meine ich auch. Da ist er nämlich schon. Das ist ein Baum. Au! Weiter. Das ist ein Auto. Warum? Okay, genau. Hier. Zzt, zzt, zzt. Some more, some more, cactus. Du, 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 du. Some more, some more, cactus. Du, 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 du. Fuchu. Fuchu. Ah, gut. Yay, wir sind... Wir sind mit dem Baum. Genau. Irgendwie, hä? Passt du schon, ja. Passt. Weiter, 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 weiter. Immer schön, Weg entlang. Immer schön. Da, ist das Einzige noch. Ja, das ist wieder sein. Ja. Beschissenes. Pst. Piep. Piep. Rechts. Ich bin rechts. Bist du sicher? Nein. 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 Baum? Ja Baum. Okay. 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 Jetzt ist er aber echt giftig. Wir haben noch gar nicht alle Zettel. Was ist los? Warum dreht er so durch? Ich weiss es nicht. O 4. Ja, hab's doch! Ich komm nicht weg! Hey du! So! Ja genau, das ist ein Platz! Genau da muss ich hin! Ja sicher! Also geh wieder zum Platz! Okay! Und da! Ah doch, da warum? Irgendwo muss es sein! Egal! Egal! Nein! 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 Dort ist er! Dort! 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 Genau! Schneller! 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 Ne! 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 Okay! 7 von 8! Was? Das ist schlecht! Das ist schlecht! Das sollte eigentlich der letzte sein in dem Fall! Tja! Wo ist der letzte Zettel? Werden sie ihn kriegen oder nicht? Ich würde mal zu dem Lichthock gehen! Pst! Oder eben nicht! Wo ist er? Hinter dir rechts! Ach ja! Wo waren wir jetzt noch nicht? Wo bist du? Wo bist du? So bitte? Hm? Hinter dir! So! Ja! Aber nicht hier in das Scheisshaus- Äh! Cocktushaus- Rennen! Okay! Genau! Mal so durch! Da da! Wei! 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 The wake is morning up! Fuuuido! Herrlich! Du kommst mir mal! Wo? Oben oder unten? Nein War ich schon Langweilig Danke für die miese Anleitung Ja, ich bin ja kein TomTom Und? Ja, wenn ich ein TomTom wäre Dann würde ich dich jetzt Hättest du dich mal zusammengerissen, dann hättest du es werden können Was ist zum War ich schon? Wo ist denn nun eins? Ich kann mich nicht dran erinnern Irgendwie rennen wir an einem Ort immer vorbei Ja schon Was die logische Schlussfolgerung ist Warum dass wir immer noch sieben Zettel haben Und ich habe keine Ahnung Wie wir das jetzt herausfinden können Weil es ist nämlich irgendwie Bisschen dunki Ja schon Und irgendwie hab ich das Gefühl Der kommt uns am Arsch Baum, geh weg! Was ist denn weg? Der steht schon länger da als du Ja und Ist das kein kleines Grund? Ich glaube wir sind wieder am Coctushaus Wir sind jetzt richtig Und jetzt gehen wir Genau da aus weiter Ja Hm 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 Nun nicht zu dem Ende dir Nein 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 Wo ist der Weg? Da Ja Aber doch mal irgendeinen anderen Weg Oh 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 Ja Alles da 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 Ja Toll danke Yeah Wir müssen nicht aufs Klo Wir haben ja so Panik Ah ja war nicht Da beim beim Coctushaus war eben nichts Ja Da bei diesem Klohäuschen Doch Doch Es gibt aber noch Es gibt aber noch Es muss irgendeinen Baum geben Einen Baum? Ja Irgendeine Container Sammlung oder so Container Sammlung Die Kuhmann Sammlung Achso Da waren wir noch nicht Genau Links Ja Und du willst der Tomtom sein? Ja Sorry das mit den 200 Das mit den 200 Metern Ähm irgendwas Ähm ja Und jetzt rechts Rechts Um das Gebäude rum Erfahrung Genau Und jetzt rechts Den Weg Das ist jetzt wurscht im Moment Ah Stimmt Schau Was schau Eine Schlucht Da waren wir noch nicht Achso Schaut gut aus Klappe Klappe Ich bin froh um die Zirpe Eiii Daaa Vorher Eine Hütte Da Hütte Ja doch das sind wir oder? Nein Das ist wieder seine Hütte Schau Es war mit Kuhlmann Containern Aber es ist nicht dieser Kuhlmann Platz Wo du dachtest Weitere Weiter 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 Wo ist dieser Nein Wo ist dieser Kuhlmann Platz Jetzt weiss ich nämlich wo du es meinst Nein Nein Einfach weiter Einfach weiter Einfach weiter Das ist Da Delt Da waren wir noch nicht Genau Okay 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 Hey Da Yeah Yeah Und die Musik hört auf Und das am Lagerfeuer Und das am Lagerfeuer Sag mal Sunny Kaktus Dede 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 Okay Hallo Bede Dede 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 at Das war jetzt echt aber cool. Super. Das war so toll. Meine Nerven sind weg, aber das war so toll. Du hast es geschafft, der Musik hat. Hör, oh elend. Wärst du gestoppen, hätte ich mich gefreut. Ich mag es von hinten. Ich weiß es nicht. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Kacke, es war mein Name Anna. Scheiße.